Das war ja nicht klar aus der Lahn, wo ich so eine Damen-Tolle gewandt habe. Heute kann ich nicht sagen, wer es zum Schluss so viel gepumpt hat. Weil es war ja Mühlein wie Waldbein auf der Tolle dabei. Aber der findet Spaß auf jeden Fall. So, meine Lieber Götter, ich traufe dich jetzt auf den Namen Bonifatius, der Erste von der Lahn-Arche. Bis 24 Uhr heute Nacht heißt Bonifatius oder abgekürzt Bonny. Sollte irgendeiner hier von deiner ganzen Kollegin dich beim richtigen Namen nennen, du heißt Bonny, nicht alles. So darfst du von dem eine Runde fordern, hast du das verstanden? Bonne, Bonne, Bonne! Bist du bereit? Ich traufe dir den Namen Bonifatius, der Erste von der Lahn-Arche, was auskommt. Auf geht's. Hey, du ist von der Sturm, du! Hehrlich, hehrlich! So, Bonny!